Wenn Kinder schlecht schlafen, dann kann das die verschiedensten Ursachen haben. Sowohl körperliche als auch psychische Gründe sind möglich. Betroffen von schlechtem Schlaf sind, anders als man vielleicht denken würde, relativ viele Kinder. Wir haben ja die letzten Jahre unsere Anstrengungen in Richtung 24 bis 48 Stunden EEG-Monitoring intensiviert und haben ja eine große Ambulanz für Kinder mit neurologischen Erkrankungen und haben gelernt, dass viele der Kinder auch über Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit und so weiter klagen. Es sind ungefähr ein Viertel der Kinder, die schlecht schlafen nachts. Manche merken das selber nicht so, dass sie nachts auch oft aufwachen oder dann schlecht einschlafen können oder schlecht durchschlafen können. Die Eltern, wenn die Kinder größer sind, kriegen das ja auch nicht mehr so mit, es sei denn, sie können es jetzt selber berichten. Aber es ist schon eine hohe Anzahl, gerade auch an Kindern, die psychisch auffällig sind, es ist ein hoher Anteil, die schlecht schlafen können. Um die richtigen Ursachen zu diagnostizieren, wurde im Klinikum Kaufbeuren nun ein Schlaflabor extra für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Dort wird der Schlaf der Patienten mit diversen Geräten untersucht und analysiert. Unsere Patientin wird übrigens nicht an alles angeschlossen. Dieses Prozedere dauert nämlich üblicherweise bis zu eineinhalb Stunden. Für uns wurde es etwas abgekürzt. Er kriegt Elektroden geklebt, er braucht ein Mikrofon, damit man hört, ob der schnarcht. Er muss natürlich unter einer Kamera liegen. Es werden Gurte angelegt, also ein Bauchgurt, um zu sehen, ob der Bauch atmet, einen Brustgurt, um zu sehen, ob die Brust atmet. Man muss schauen, ob die Muskulatur etwas tut oder nicht. Es gibt ja Schlafstadien, wo man sich bewegt und es gibt Schlafstadien, wo man sich normalerweise nicht bewegen sollte. Aber kann man überhaupt schlafen, wenn man komplett verkabelt ist und dann auch noch in Bild und Ton aufgenommen wird? Ja, meint Dr. Rauchenzauner. Man muss sehr häufig die Patienten zwei Nächte ableiten, weil es sozusagen die Eingewöhnungsnacht halt gibt, das auch ungewöhnlich ist. Und wenn man es nicht kennt, ist es natürlich immer eine fremde Umgebung und so weiter. Aber wir versuchen natürlich auch eine Schlafumgebung zu schaffen, die einem Schlafzimmer und nicht einem Klinikzimmer ähnelt. Das ist wichtig. Denn nur wenn der Schlaf so wie sonst auch ist, bringt die Analyse des Schlafverhaltens etwas. Die Krankheiten, die wir diagnostizieren, sind natürlich sogenannte Schlafapnoe-Syndromen. Das sind natürlich auch Erkrankungen, die in Richtung Albträume gehen, die aber auch mal in Richtung Abklärung auch Epilepsie natürlich gehen. Die auch in Richtung Tagesmüdigkeit, Abklärung von Tagesmüdigkeit bei Jugendlichen, auch im Rahmen von anderen Grunderkrankungen wie ADS oder im Rahmen von anderen neurologischen Erkrankungen, aber auch Erkrankungen aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich gehen. Bisher hatte das Schlaflabor noch keine Patienten. Ab sofort geht es aber los. Und die Wartelisten sind bereits gut gefüllt.